Prinz Daniel plus Prinzessin Victoria, im Wohnzimmer sie mit Estelle und Oskar. Prinzessin Victoria, 45, und ihr Mann Prinz Daniel, 49, waren aufgrund der Corona-Krise wochenlang im Homeoffice. Nebenbei kümmern sie sich, wie viele Eltern, um ihre Kinder. Zwar geht Prinzessin Estelle. 11, wie gewohnt zur Schule. Aber auch Unterricht und Hausaufgaben sind irgendwann erledigt und Spaß und Spiel stehen auf dem Programm. Klar, dass da auch Prinz Oskar, 7, mitmachen will. Da kommt den Royals die neue Plattform www.die-gefritt-tied-seh-der-wohltätigkeitsorganisationen Generation Pep und Saversitzschildren gerade recht. Die digitale Plattform bietet viele Videos und Inspiration für Bewegungsübungen und Spiele, die zu Hause mit der Familie und Freunden ausprobiert werden können. Das soll ein bisschen Spaß und Bewegung in den Alltag bringen. Das probieren auch die Royals aus. Heraus kommt ein Video, das nicht nur den guten Zweck unterstützt, sondern Royal Fins begeistern dürfte so privat und ausgelassen sieht man die Blaublüter selten.